So, da sind wir wieder. Und alter, sieht das geil aus. Alter, ist das geil gemacht. Und alter, ich muss... Ah, Gott! Ich will mich doch nur beeilen, ey. Ah. Ach, leck mich doch. Stasis-Pack, dankeschön. Renn, du Sau. Renn. Ah, Mann, ey. Ich hasse das viel. Ich hasse das. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Ah, komm. Ach, komm, leck mich doch. Ah! Ah! Hab' ich gar nicht mehr. Hammer. Scheiß drauf. Renn! 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 Alter, leck mich. Ow. 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 Oh, ich kann nicht noch mal speichern. Boah, ich konnte gar nicht eine richtige Ansage machen. Leck mich am Arsch, ist das scheiße? Noch drei Medikits und oh, Alter. Hilfe. Wo lang? Wo geht's denn da lang? Oh. Nicht gut! Ah! Ja, 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 ja! Hä? Äh. Ja, ich will ganz machen. Hallo? Ah, okay, jetzt. Hä? Was ist das denn? Nein! Okay, das war irgendwie buggy. Ah! Leut. Ich bin tot. Alter, wie buggy, was war das denn jetzt eben gerade? Was war das denn? Was war denn das? Das war irgendwie leicht buggy, kann das sein? was war das denn? Oh, okay. Das Erforschen des Markers war jedes Leben der End, das wir verloren haben! Ist das alles wegfällt? Komm! Komm! Zieh's raus! Ja, komm! Komm, weiter, weiter, weiter! Komm! Scheiße, scheiße. Gut! Ja, komm! Ja, 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 ja! Ja! Fick dich, Titanman! Fick dich! Ja Verreckt dran Verreckt dran Es wird Zeit Es zu beenden Mach es, beende es Danke Isaac Jetzt ist es an der Zeit Zerstören Was? Scheiße, nein, 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 nein Was geht denn jetzt ab? Was? Ah Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren Ich habe ihnen vertraut Ich bleib auf sie oder Scheiße, Luca Danke Weitere Wir Deinen Deine 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 Heine Deine Deine Je Ich 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 Das war's für heute. Na komm! Geh kalt! Läuf! Läuf! Oh! Oh! Wenn ich einen Nutzer... Ah, okay. Okay. Ja, okay, ich hab's gecheckt. Ich darf nicht zu nah dran gehen. Mann, 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 Mann. Ich hab's gecheckt, okay. Müsste mich ja nicht gleich so... dezent töten. Leute, Leute. Nie so komplizierten Dinge aber auch. Ja, ja, ja. Ah ja, nicht zu nah ran gehen. Stimmt ja. Mach ich mal automatisch so. Oh. Boah, leck mich doch am Arsch. Kommen wir nicht zu nah, Nicole. Deportier dich nicht, so Hure. Ah, komm jetzt weg. Ich hab's. Ich hab's gecheckt. Ich hab's. Oh, nein. Ich hab's gecheckt. Ah, komm sonst. Wait, Schloss. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Okay, ich hab's gecheckt. Ah! Lass mich nicht ein, du blöde Hube. Au! Wenn du mich angreifst, dann glaubst du, dann lass ich mich da ein? Ich will mich nicht mit dir abreden. Wir werden nicht... Eins! Seid! Ah, fickt dich doch! Gebasht! Bitch! Slap! Bitch! Slap! Junge, Bitch Slap! Bam, Junge! Und... Bing! Bing! Ha 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 ha! Wer ist Kacke? Du bist Kacke! Boah, Alter! Konvergenz... Verhindert. Anders, mein Hirn ist weg. Alles aufgesaugt. Nicole ist tot. Das ist geschafft, Isaac. Du hast es geschafft. Das ist geschafft. Ich glaube, du hast es geschafft. Du kannst noch mal Biles nachdenken. Biles reden. Das ist geschafft. Du kannst dich absetzen und dann sterben. 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 Ich komm durch Dach und hol sie. Schwingen Sie ihren Arsch. Warten Sie rein. Ellie setzt sich spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufhören! Ah, toll. Jetzt geht's los. Scheiße. Jetzt wird nochmal richtig Action gemacht hier. Ich hab' mir gedacht, jetzt wird hier schon richtig mit... Ablaufen, Alter. Nicht schlecht, ihr Kleinwürdenwichser. Da muss ich wohl nochmal zeigen... Wer der König ist. Oh! Huuu! Action! Nein! Na... Komm schon! Da ist sie! Schnell! Na komm, nimm ihre Hand! Boah! 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 Schließlich! Alter, leck mich am Arsch! Das ist geschafft! Was? Schön gemacht, Leute! Wunderschön! Geschafft! Wir haben's geschafft? Wir haben's... Na gut, ich hab's... Na gut, doch wir! Wir haben's geschafft, ey! Oh! Gott sei Dank! Boah! Leck mich am Arsch, ey! Alter! Echt, das Ende war noch übel, ey! Die haben ja beim Ende noch mal alles rausgeholt, das ist wirklich alles! Aufweise Action, Druck... Das mit dem Viech war so übel! All die Monster, die da kamen... Alter, ich... ich konnt echt nicht mehr! Der Bug war komisch! Der war ja schon tot! Als ich da angerannt kam, das habt ihr ja gesehen! Aber treibt man schon richtig durch die Löcher und euer Scheiß! Äh... Da hat mich gewundert! Ich hab' Zum Schluss noch echt viele Fehler gemacht! Muss ich auch sagen! Bin aber erstaunlich gut durchgekommen dafür! Das wundert mich, ja! Und... Echt! Boah! Ich hab's durch! Ich hab's geschafft! Endlich, ey! Oh Gott! Nach ner... Gefühlt ewigen Zeit hab ich's endlich geschafft! Und ich freu' mich! Also, das Spiel ist wirklich unglaublich! Leider kann ich den dritten Teil nicht spielen, aus diversen Gründen! Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir den jemals überhaupt mal holen werde! Das weiß ich noch nicht! Vielleicht wenn er billiger ist, muss ich gucken! Aber der dritte Teil wird erstmal warten! Und ich werd' ihn noch nicht, let's playen! Das werden Lukas und jemand anders machen! Werden wir dann sehen, wer wird! Und... Boah! Alter! Übel übel! Ja... Was kann ich noch sagen? Hat echt Spaß gemacht! Aber... Das Spiel... Hat schon... Hat schon drauf! Sieht auch super aus! Das Spiel... Es ist... Vom... Der Spielmechanik her... Auch besser als der erste Teil... Spiel ist nicht all viel flüssiger! Aber zum Ende hin wurde das Spiel echt schwierig! Während ich sagen musste, dass der Space 1 zu Ende hin immer leichter wurde! Wurde das immer schwieriger! Also... Das ist eines... Meine Lieblingsspiele! Persönlichen! Und das hat echt gut getan! Und dann Typen einen aufs Mord zu geben! Boah! Hat es gut getan! Kann ich noch sagen! Das war Dead Space 3, was ihr jetzt auch erzählt! Ja, tut mir leid, dass er es nicht machen kann! Aber... Ja, wir hätten es jetzt auch Ko-Ob gespielt und... Den Ko-Ob... Wenn ich es mir erholen, dann spiele ich es allein! Ich hab Bock, das alleine zu spielen! Irgendwie! Ich bin grad auf! Nein, der wird auch geil! Aber naja... Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen! Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat! Oder... Wat weiß ich! Sagt eure Meinung über das Spiel generell! Oder wat? Ach... Eigentlich Latte... Hauptsache... Er hat Spaß daran, mich leiden zu sehen! Und das Mögliche noch! Ach... Ach... Boah... Ich brauch... Ich bin fertig, ey! Ich brauch... Ich brauch nur ne neue Hose! Ich brauch echt! Neue Unterhose! Pfff... 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 Muss ich nur mal gucken, wie ich das denn mach! Aber zum Ende hin wurde ich auch immer ernster! Kam mir so vor! Am Anfang hab ich noch die ganze Zeit so Späßchen gemacht und... Und... Die ganze Zeit alles Nia gemacht, so... Nicht ernst genommen, aber zum Ende hin... Mir hat's gefallen! Auf jeden Fall! Ah... Und Tide Man hieß mit vorne am Hans, ey! Das gibt's doch nicht! Hans Tide Man! Aber geil! Aber egal! Aber auch geil gemacht, wie dann zum Ende schon da die Credits kamen... Und man dachte... Ja, Isaac stirbt doch jetzt! Und dann kam nochmal endlich durchgerannt! Ziemlich geil! Und dann kommt meine Lieblingsmusik von Dead Space! Lass ich auch mal euch alleine mit dieser wunderbaren, geilen Musik... Und verabschiede mich auch hier! Und ich horche noch rein! Aber ihr werdet von mir? Nichts mehr! Wir sind uns dann beim nächsten Let's Play! Ich hab ja noch Devil May Cry währenddessen! Könnt ihr das ansehen! Ansonsten sehen wir uns bei anderen Let's Plays wieder! Vielleicht schon morgen! Vielleicht noch nicht! Aber... Auf jeden Fall sehr bald, würde ich hoffen! Aber... Ich verabschiede mich jetzt! Und sage... Bis zum nächsten Mal! Bei dem vielleicht nächsten Horror-Spiel... Bei dem vielleicht nächsten... Dead Space! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020